Mal wieder haben wir grüne und rote Kräfte, die an der Mehrheit vorbei entscheiden. Jetzt wäre es Zeit für Franziska Giffey einzusehen, sie muss gehen. Und das gleiche gilt für Bettina Jarasch. Die Verlierer, die so tun, als seien sie die Gewinner, die einen Regierungsanspruch aus einer klaren Klatsche ableiten. Berlin hat neu gewählt, denn die erste Wahl war nichts. Also musste sie wiederholt werden. Die CDU hat gewonnen und die bisher regierende Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei wurde abgestraft. Trotzdem sieht alles danach aus, als ob sie weiter regieren. Mal wieder haben wir grüne und rote Kräfte, die an der Mehrheit vorbei entscheiden. Was genau bei der Wahl passiert ist, das wollen wir uns jetzt einmal im Detail ansehen. Sie sind die klaren Gewinner der Berlin-Wahl, Kai Wegner und die CDU. Die Union kommt bei der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses auf 28,2 Prozent der Stimmen. Mit deutlichem Vorsprung vor SPD und Grüne. Die beiden in Berlin amtierenden Regierungsparteien kommen jeweils auf nur 18,4 Prozent. Der große Verlierer der Wahl, die SPD mit der amtierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Nicht nur bei ihrem Gang zur Urne war die Wahl für die SPD-Politikerin buchstäblich für die Tonne. Franziska Giffey. Sie weigerte sich, ihren Stimmzettel in eine zur Wahlurne umfunktionierte Abfalltonne zu werfen. Minus drei Prozentpunkte im Vergleich zur ersten Wahl 2021 für Giffey und die SPD. Ein Debakel. Doch anstatt ihre Niederlage einzugestehen, möchte Giffey, dass das Rote Rathaus in Berlin auch weiterhin unter roter Regentschaft bleibt. Dass die CDU mit ihrem Kandidat Kai Wegner fast zehn Prozentpunkte mehr geholt hat, ist Giffey und ihrer Partei vollkommen egal. Ebenfalls vom schlechten Wahlergebnis unbeeindruckt ist Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Mit ebenfalls mickrigen 18,4 Prozent möchte sie neue Bürgermeisterin von Berlin werden. Niederlage eingestehen? Fehlanzeige. Der Kampf um den Bürgermeisterposten von Berlin, er ist eröffnet. Ein fulminanter Erfolg für die CDU. Die, die bisher regiert haben, die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Bettina Jarasch, die Frontfrau der Grünen und Klaus Lederer von den Linken wurden abgewählt. Schön und gut. So funktioniert Demokratie. Haben Sie nicht aber auch ein Störgefühl dabei, wenn Sie sich anschauen, wie diese Abgewählten darauf reagiert haben, dass sie abgewählt wurden? Nämlich damit, dass Franziska Giffey zum Beispiel gesagt hat, ja, für Platz 1 hat es leider nicht gereicht. Sie hofft noch auf Platz 2, als wäre Platz 1 in Reichweite gewesen, als wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Das war natürlich nicht der Fall. Sie wurde abgestraft. Sie wurde abgewählt. Die Berliner haben ganz klar gemacht, dass sie sich eine Veränderung in ihrer Regierung wünschen. Und was mich stört, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber was mich wahnsinnig macht, ist die Art und Weise, wie Grün und Rot jetzt so tun, als sei das nicht passiert. Beide Frauen an der Spitze der Grünen und der SPD haben gesagt, sie würden eigentlich gerne weiterregieren, am liebsten selber im Roten Rathaus, am liebsten selber als Bürgermeisterin. Als sei nichts passiert. Sie ignorieren völlig die Mehrheit. Ich habe das Gefühl, nicht nur hier in Berlin, aber gerade jetzt hier in Berlin wird an der Mehrheit vorbei entschieden. Fragen wir uns doch mal, warum hat Berlin so entschieden, wie es entschieden hat? Welche Probleme hatten die Menschen, die zur Wahl gegangen sind, im Herzen, als sie ihr Kreuzchen gemacht haben? War es das Weltklima, die Inflation auf der ganzen Welt, der Ukraine-Krieg? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Berliner sind weise genug zu erkennen. Ja, das sind echte Probleme. Ja, diese Dinge muss man ernst nehmen. Aber hier in Berlin können wir sie nicht lösen. Die Berliner wissen, dass sie Berliner Probleme in die Mitte stellen müssen, wenn sie in Berlin wählen. Und genau das haben sie getan. Heißt Migrationspolitik. Wir haben es an Silvester gesehen. Es gab hier Gewalt, verübt mehrheitlich von jungen Männern mit Migrationshintergrund. Machen wir uns ehrlich, so war es. Die Berliner waren schockiert zu sehen, was aus ihrer Stadt geworden ist. Und das hat sie umtrieben, als sie die amtierende Regierung abgewählt haben. Diese Regierung, die jetzt so tut, als wäre sie nicht abgewählt worden. Das ist merkwürdig. Genauso ist es mit Verkehrspolitik. Es wird Politik gegen Autofahrer gemacht. Aber die meisten Leute sind nun mal Autofahrer. Politik an der Mehrheit vorbei. Und dann haben wir die Abgewählten, die Verlierer, die so tun, als seien sie die Gewinner, die einen Regierungsanspruch aus einer klaren Klatsche ableiten. Das kann nicht sein. Und darüber sprechen wir mit dem Demokratieforscher Prof. Dr. Werner Patzelt. Missachten denn SPD und Grüne mit ihrem Regierungsanspruch jetzt die Mehrheit? In einem parlamentarischen Regierungssystem braucht nun einmal die Regierung eine Mehrheit im Parlament. Eine solche hat aber weiterhin die bisherige Koalition. Wenn es also bei SPD, Grünen und Linken den politischen Willen gibt, ihre Koalition fortzusetzen, dann nützt der Wahlsieg der Berliner CDU überhaupt nichts. In welcher Zwickmühle befindet sich die CDU im Moment? Wenn die CDU sich jetzt durch ein Bündnis mit Grünen oder Sozialdemokraten doch noch ins Rote Rathaus flüchten möchte, dann muss sie das durch demütiges Kuschen vor den Förderungen des jeweiligen Koalitionspartners erkaufen. Danke, Herr Prof. Patzelt, für das Gespräch. Wir sehen es also, es passiert immer wieder. Es wird an der Mehrheit vorbei regiert. Es wird an der Mehrheit vorbei entschieden. Und natürlich ist es so, das wollen wir hier nicht in Abrede stellen, dass die Kräfte in einem Parlament, die eine parlamentarische Mehrheit zusammenbringen, auch regieren. Das ist ganz klar. Was mich beschäftigt, und vielleicht empfinden Sie das ja auch als einfach merkwürdig, ist, dass hier ein klarer Wahlsieger besteht und dass an dem vorbei gesprochen wird. Dass so getan wird, als gäbe es ihn gar nicht, als sei hier niemand abgewählt worden. Das ist merkwürdig. Und es passiert doch immer wieder. Es passiert doch immer wieder. Machen wir uns doch mal ehrlich. Wer sind wir denn als Land? Die meisten von uns fahren nun mal Auto. Es ist, wie es ist. Trotzdem haben wir das Gefühl, gerade wenn wir uns die Grünen auf Bundesebene anschauen, dass eine Politik gegen das Auto gemacht wird. Autofahrer werden verteufelt. Man hat das Gefühl, man muss ein schlechtes Gewissen haben, nur wenn man Auto fährt. Manche Leute sind eben aufs Auto angewiesen. Für manche Leute gehört das Autofahren zum Leben einfach dazu. So ist es. Und ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, aber ich werde mir das Autofahren sicher nicht vermiesen lassen von den Grünen. Das gleiche mit dem Gendern. 85% der Deutschen wollen nicht gendern. Also diese Kunstpausen machen LehrerInnen, BäckerInnen oder Backende statt Bäcker sagen. Es ist eine Kunstsprache, die die meisten Menschen in diesem Land ablehnen. Die Grünen und ein Teil der Sozialdemokraten und Linken interessiert das nicht. Sie machen es einfach trotzdem. In den Ländern, in denen Sie regieren, in den Ämtern, in den Unis, in den Schulen wird gegendert. Zum Teil kriegt man in den Klausuren, in den Unis und Schulen Punktabzug, wenn man nicht gendert. Gegen 85% der Mehrheit. Oder Atomkraft. Wir kaufen Atomstrom von unseren europäischen Nachbarn. Wir geben dafür Geld aus und machen gleichzeitig unsere eigenen Atomkraftwerke aus. Robert Habeck, unserem Wirtschafts- und Energieminister, ist es egal. Er macht mit dem sinnlosen Atomausstieg gegen den Willen der Mehrheit weiter. Oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die Mehrheit der Deutschen will, dass ARD und ZDF zusammengelegt werden. Passiert aber nicht. Denn im Moment haben wir eine Regierung mit einem SPD-Bundeskanzler und Grünen, die wichtige Ministerien belegen. Und es passiert genau gar nichts. Obwohl die Deutschen es wollen, obwohl die Mehrheit es will. Wir sehen, es wird beim Gendern, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bei der Atomkraft, beim Auto, gegen die Mehrheit Politik gemacht. Das ist genau, was die Grünen tun. Und ein Teil der Sozialdemokraten und Linken. Und das ist nicht fair. Und was ergeben sich daraus für Forderungen? Es ist doch eigentlich ganz einfach. Die SPD soll anerkennen, dass die Koalition, die sie in Berlin geführt hat, so nicht mehr weitergehen kann. Dass hier ein Wechsel nötig wird. Lars Klingbeil hat, Sie erinnern sich, als Olaf Scholz mit 1,6% Vorsprung bei der Bundestagswahl 2021 gewonnen hat, gesagt, Ja klar, jetzt hat die SPD den Regierungsauftrag. Und damit hatte er recht. Den hatte sie auch. Jetzt liegt die SPD 10% hinter der CDU. Lars Klingbeil hat aber wieder gesagt, Franziska Giffey wäre jetzt, Zitat, die Richtige, die Berlin regieren soll. Ich glaube nicht. Ich glaube, er misst hier mit zweierlei Maß. Jetzt wäre es Zeit für Franziska Giffey einzusehen, sie muss gehen. Und das Gleiche gilt für Bettina Jarasch. Jeder für sich repräsentieren sie Minderheiten. Keine Mehrheiten mehr. Die beiden sollten sich zurückziehen. Das fällt anderen überlassen, die die Erneuerung bringen, die jetzt in einer demokratischen Koalition der Mitte nötig ist. Denn dann ist endlich Schluss mit Politik an der Mehrheit vorbei.